In jener Zeit gab es einen Wilderer in den Wäldern und den Watzmann. In den Bergen war er zu Haus. Die Leute im Tal fürchteten ihn. Was wollen Sie? Ich will den Tätern in die Augen sehen. Wenn Sie dem Täter in die Augen schauen, schaut er auch in ihre. Vergessen Sie das, was über mich hertun. Ich bin des Nehmers. Die meinen, du hast deine Seele an den Leipofting verkauft. Wo ist dein Platz? Was fühlt dich aus? Ich geh wieder jagen. Du bist ein Abhängiger. Du wirst alles zerstören. Sehr was ehrlich. So wie es ausschaut, sucht sie mittlerweile einen Serientäter. Er hat sie beobachtet. Jeden ihrer Schritte. Wenn wir zwar den nicht kriegen, dann niemand. Mit den Bäumen war er eins. Und aus dem Fluss schöpfte er Kraft. Sie sind Jäger? Ja, was soll ich denken kann. Wir sind einfach schon. Gl Kennedy. Aufogg partir. Das ist Jäger.